Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es um Soft Margin. Soft Margin ist sozusagen das, was ich euch als letztes gezeigt habe, letztes Mal. Nämlich, wenn wir uns das hier angucken, wir haben hier einige Punkte, die vielleicht hier so ein bisschen drüber gehen über diese Grenze und andere Punkte in Rot, die auf die andere Seite rüber gehen, sowas in die Richtung. Und ja, wir wollen jetzt ein bisschen toleranter sein. Es kann ja sein, dass die Klassen sich ein kleines bisschen überlappen. Das heißt, wir wollen unsere Trennlinie nicht mehr eins zu eins hier durch und das ist links und das ist rechts ziehen, sondern wir wollen sagen, okay, vielleicht darfst du dann noch da rein. Es kann sein, dass wir anhand oder direkt bei unserer Trennlinie ein bisschen was falsch klassifiziert haben. Gut, und das machen wir, indem wir hier diese Soft Margin Dinger produzieren. Dazu brauchen wir noch drei weitere Gleichungen, also zusätzlich zu dem, was wir die ganze Zeit schon gemacht haben. Müssen wir jetzt noch folgendes minimieren hier oben, 1 halb W², das ist im Prinzip dasselbe wie immer, plus C, zu dem komme ich nachher, mal die Summe, die wir hier haben, naja, die Summe von I gleich 1 bis N über die Xi I. Das heißt, wir, ja, Xi ist irgendwie, keine Ahnung, das hat sich da eingebürgert, ich habe die Folien von Stanford genommen, also irgendwie scheint es Standard zu sein, dass man hier ein Xi benutzt. Xi I sind meine sogenannten Slack-Variablen. Die Slack-Variablen sagen mir, wie weit darf bitte schön meine Missklassifikation sein, also darf ich hier drüben noch irgendwie eine Falschklassifizierung oder hier noch eine erwarten. Das sagen mir sozusagen meine Slack-Variablen und ich möchte natürlich möglichst wenig Slack haben, also möglichst wenig Error in der Nähe meiner grünen Trennlinie. Deswegen minimiere ich hier auch über diese Slack-Variablen, aber auch über W drüber, also über meinen Gewichtsvektor minimiere ich drüber nur C, C ist einfach fix von euch. Das heißt, ihr könnt festlegen, wie soll mein C sein und was bedeutet denn dieses C? Das C macht, wenn es groß ist, dann gibt es relativ wenig Missklassifikationen, wohingegen, wenn es klein ist, gibt es maximale, ich glaube, ich zeige euch das besser einfach mal, wenn wir C wirklich sehr klein wählen, also so in Richtung Null, größer als Null muss es sein, aber wenn wir so in Richtung Null wählen, dann bezahlen wir, also wir wollen ja diese Gleichung hier minimieren. Das heißt, wir bezahlen nicht so sonderlich viel für den Fehler hier, den wir durch diese Slack-Variablen hier einführen. Das heißt, wir haben vielleicht weitere Ausschweifungen hier, das heißt, wir können mehr Missklassifikationen zwar erwarten, aber dafür sind halt auch unsere Ränder, also diese gelben Dinger hier sind dann weiter weg davon. Und wenn wir C sehr, sehr groß wählen, dann wandern wir immer mehr zu dem, was wir letztes Mal hatten, nämlich, dass wir überhaupt keine Missklassifikation erlauben und alles schön strikt sein muss. Also wenn wir C unendlich groß wählen, dann haben wir den Fall, den wir bisher immer betrachtet haben. Dann müssen wir ja hier bloß dieses 1,5 W² minimieren, das haben wir bisher eigentlich auch immer schon gemacht, automatisch. Gut, soviel dazu, dann diese XI, diese Slack-Variablen hier hinten, die müssen alle größer als 0 sein, das ist wieder mal klar. Und jetzt haben wir hier als Randbedingung, also wo befindet sich der Rand, das braucht man dann zum Klassifizieren, also größer als 0 gibt mir jetzt nicht mehr unbedingt die Klasse 1 und kleiner als 0 gibt mir nicht mehr unbedingt die Klasse 0, sondern wir führen hier auch diese Slack-Variablen ein und subtrahieren die einfach von der 1. Okay, diese Gleichung müssen alle gelten, auch wenn ihr die Probleme von letztem Mal löst. Das heißt, wir hatten letztes Mal uns die Gleichung schon angeguckt, da war auch sowas drin, so ein paar Probleme, die wir minimieren mussten und diese Gleichung müssen jetzt auch zusätzlich noch erfüllt sein. Das heißt, diese YI mal bla 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 muss auch noch erfüllt sein, wenn ihr die Gleichung von letztem Mal löst. Okay, im Prinzip passiert sonst nicht mehr viel mit diesen Slack-Variablen, aber ja, drei Gleichungen zusätzlich, ich glaube, damit ist man beschäftigt. Okay, das heißt, wenn die hier nicht erfüllt sind, einfach nochmal laufen lassen oder irgendwie was anpassen oder sonst irgendwas. Gut, dann war es das auch schon wieder von meiner Seite mit dem Soft-Margin und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.